Jajaaja, Jaja, 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 Jaja! Und weiße, und weiße, Jaja!! Jajaaja, Jaja Jaja Achtung! Jans Schneider sitzt hier nur, der langweilt sich schon. Wir hatten das ja schon, aber du bist der Jangan. Der Jangan? Ja, du bist der Jangan. Ja. Wir müssen auch drüber reden. Ja gerne. Seit wann bist du da? Also, ich bin jetzt offiziell, glaube ich, seit Juni mit dem Felix, a.k.a. Selextavito, der steht hinter dir. Seit Juni in Puldow. Ich mein beim Song mit Heels-Termin. In Puldow. Seit Juni. Du hast dich ja ordentlich vorbereitet, Young Gun. Lioness Movement waren gut. Die Girls, das muss ich ganz ehrlich sagen, als ein Fun Gun, die kenn ich ja schon von früheren Zeiten, so von zwei, drei Jahren. Die haben mich gar nicht überzeugt. Also das war wirklich, also hier zu zwei MCs und irgendwie reden sie sich gegenseitig ins Wort. Okay. Warte, warte, warte. Sun Gun Sound habe ich heute eine CD bekommen. Ja. Hat man uns aber auch schon gesagt, dass Sun Gun Bad war. Also das haben wir unterschiedlich gehört. Naja, wir reden jetzt gerade über Lioness. Das ist ja sozusagen der Topper-Top. Ach Lioness. Wir reden das gerade um so. Hast du auch gerade selber gesagt, mein Freund. Ja, Lioness. Ja, Lioness. Ja, Lioness. Lioness Movement. Shaker Dem, Shaker Dem war cool, aber die sind jetzt irgendwie bei der Keep It Real Crew, habe ich so gelesen irgendwie. Oh. Hast du noch nicht mitbekommen? Nein. Nein, das kriegst du hier. Ja. Guck kein Internet. Facebook Info. Okay. Ich bin ja für Sound PDFs. Ich finde halt, dass Leute Sound PDFs machen sollten, um dass man noch weiß, wer ist dabei, wer ist nicht mehr dabei, wie ist das so. Das fehlt mir dort bei deutschen Sounds. Die Sound PDFs. Offizielle Brief ist wie bei Sentin, wenn sich da jemand trennt. Ja, aber auch bei Fabi. Ist Fabi jetzt Soka drin? Ist Soka. Ist Titinot. Was bei High Power jede Woche im Newsletter, wer sich trennt und wieder... Ne, wenn es was gibt. Bei uns bleibt es ja. Es bleibt erstmal. Ja, ihr habt euch gebessert. Wir haben uns gebessert. Ja, also du weißt. Aha. Ja, also Shakerdam. Genau, Shakerdam. Ja, die waren cool. Ist jetzt Keep It Real. Ja, habe ich irgendwie gelesen. Jedenfalls waren sie auf dem Bild drauf. Der MC von Shakerdam und der Rutsch von Sting Like I Got Me, Death Like I Got Me. Sting Like I Got Me haben wir uns verraten beim Interview, dass es geparkt ist. Ah, sie sind geparkt. Die sind geparkt. Verstehe ich. Nicht aufgehört, aber geparkt. Okay, geparkt. Ah, cool. Ja. Und dann kam ja noch die Keep It Real Crew am Ende. Mhm. Das war souverän wie immer, da ist alles gut gewesen. Aber Lioness war natürlich... Also da... Topper top. Okay. Headbanks. Dann haben wir noch der Nuss-Sound mit der Nuss. Macadamia. Macadamia. Ja, Studentenfutter. Real Friends. Ja, man. Die sind cool. Die sind cool. Welcher Sound konnte ihr jetzt nicht auflegen? War das Fab von Keep It Real? Wer konnte nicht auflegen? Oder war es nur Fabi Benz? Fabi Benz. Fabi Benz. Fabi Benz. Keine Ahnung. Da hab ich mir ihn rumgeholt. Gut, okay. Fabi Benz. Fabi Benz hat nicht gut aufgelegt, oder was? DJ Fabi Benz. 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 Warte kurz. Also. Irgendwas Neues bei Mango Tree 2017, 2018. Also wir haben ja auf jeden Fall hier die Freestyle Series. Ja. Die läuft ja. Die läuft ja. Die läuft weiter und es bleibt auch so. Wir haben jetzt dann noch, da ist der Selecta Vito. Der steht hier. Selector Vito. Bringt man das Gesicht auch noch in die Welle. Mango Tree. Young Guns. Ja, man. Cool. Progress bei Mango Tree. Ja, man. Man sieht immer, ist ein Rich Sound. Also Mango Tree, Real Rich. Ja. Auch übertrieben, so wie ihr denkt und so. Das ist gut so. Man muss halt forward bleiben, so. Man muss immer forward denken. Straight forward. Lass mich nochmal die Kappe filmen, so. Bion. 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 Super leicht. 23 Euro, das ich habe. Dafür könnte ich hier unten noch ein bisschen Silber sein. Das ist zu teuer. Zu teuer.